Ja, machen wir das. Ohne Scheiß, wa? Braucht nicht fünf Stunden, bis er seinen Arsch da wegkriegt. Alter. Kann doch nicht abbrechen. Der sieht ein bisschen aus wie Özil. Ich befürchte fast, dass die Folge ja schon wieder zu Ende ist. In der nächsten Folge werden wir den Bauch von Lord Yabu-Yabu besuchen, der übrigens auch wie Özil aussieht. Mann, ich will doch, ich will die nicht schlagen. Ich versuche die ganze Zeit eine Wirbelattacke zu machen, verdammte Scheiße. Alter, willst du mich verarschen, Link? Ja, jetzt klappt's auf einmal, oder was? Ha! So muss man eigentlich machen, dann kriegt man auch. Der Schall kommt nicht so aus, als könntest du ihn nicht betätigen, da du allein zu leicht bist. Das habe ich mich schon zu zweit darauf gestellt, du schlau Meirine. Komm. Ach ja, jetzt verschwindest du, du Arschgesicht! Boah, jetzt muss der erst wieder warten, bis da... Wo ist denn der überhaupt jetzt hin? Ah! Oh, Scheiße! Mama! Oh! Na! Oh. Du! Du bist spät dran! Warum hat es so lange gedauert? Du bist eine ziemlich lahme Ente! Na gut. Ich habe mich ein bisschen einsam gefühlt. Das ist alles. Aber nur ein bisschen. Hm, miau, ich muss frech sein. Ja, weißt du, ich mache das Viecher platt, ja, befreie, Lord, jabu, jabu, ja? Ja, 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 und jetzt meckert der auch noch so rum, ey. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, Link steht nämlich eigentlich nicht auf Frauen, oder zumindest nicht auf solche komischen Mischwesen. Ja, man! Jetzt nicht mehr dieses Ich schlag mit meinem Dolch zu Das war sogar ein Reim Oh scheiße Ich bin Franzose Das klingt nicht ne geile Sahneschnitt Aber Navi ey Was machst du hier mit deinem Meow die ganze Zeit Wenn es wieder heißt Navi, dein Auftritt Alter Alter ist davon nicht wahr so Nein Nein Oh lol Voll am fehl Hast du dich richtig hingestellt Hattest Z gedrückt Und laufst zeitwärts um die Ecke So könnte niemand auflauern Oh Durch diesen Bösewicht dann hier Oh Gott Alter hab ich mich erschrocken Oh Was ne kleine Hure Ich dachte der dreht sich nicht um Ja komm Leck mir doch die Nüsse ey Verzieh dich du Mongo Ja komm So Feierabend Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Ich drehe letztlich noch für der Ocarina auf Zeit mit mir Navi Ähm Nein Navi mit Hadi Nicht Navi Hadi Ja Okay Meint ich auch Ja Ja okay Ähm Das üben wir noch Herzlich Willkommen zurück Look Oh scheiße Hier fehlt uns wieder ein Schlüssel Ach kann doch nicht sein dass uns hier schon wieder ein Schlüssel fehlt Navi Das kann doch nicht dein Ernst sein Ach das ist doch Ach fuck doch Und du verpiss dich gefälligst Oh man Ich hab keine Ahnung wo die Schlüssel sind ey Miau Wegen diesem Lutschpuppenteil hier Komm friss deine eigene Medizin Du Wichser Ach komm leck mich doch am Sack Du dämliches Knochenfratzen Geh jetzt durch die Tür link Kann das gehen Es tut mir furchtbar leid dass wir keinen shit fucking schritt weiter gekommen sind Deswegen muss ich leider sagen Bis morgen Wenn es wieder heißt Zelda Hadi Miau